hallo ja jetzt ist sommer jetzt ist es auch warm und das ist ja auch gut so aber bevor ich vergesse zwei tipps und die nicht vergessen erstens nicht allzu viel in die sonne und wenn er in die sonne gehst schön ein cremen das ist wichtig wegen der sonnenbrand und wegen hautkrebs das könnte nämlich dann später mal verstehen entstehen entstehen aber mich versprochen und dann was noch wichtiger ist viel trinken ja viel trinke nicht bierwein nie wasser denn gerade in der hitze du da braucht der körper wasser so zwei liter am tag sollte man sich rein drücken ehrlich ich schaff das auch nicht immer aber so ein anderthalb liter das schaffe ich schon ansonsten du komm gut durch die heiße jahreszeit und den tipp kannst du ruhig weitergeben trinken an 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 an